Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Dishonored 2. Ich schaff das nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Also wenn die jetzt hier rüber kommen, ne? Ich hab die Falle ja entschärft. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ah, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ich finde dich schon. Fuck. Los, ich tu dir nichts. Dedeedeede. Was zum... Halt! Das ist alles ein wildes Durchhinein. Und wer darf's aufräumen? Das reicht! Oh! Verdammt noch! Sehen wir mal, wie du bist! Wer tut sowas? Oh mein Gott, Leute! Das funktioniert so absolut nicht. Das funktioniert so nicht. Okay, wir versuchen das ganze Spiel jetzt nochmal. Ich muss dieses Teil erst. Zerstören. Ich frage mich, wer das war. Ich muss dieses Alarmding zerstören. Ich frage mich. Und so. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hier rauskomme. Serafina, ihr Geschäft ist abgebildet. Ja, in meinem Bericht steht die Heulerwaren es. Aber keiner weiß, wer das Feuer wirklich gelegt hat. Ich glaube, ich rennte ihn. Ihr Bruder starb bei dem Brand. Er schlief. Betrunken, soweit ich mich erinnere. Sie haben bis morgen Zeit zu zahlen. Alles in Ordnung? Eine Leiche! Hier! Scht, beruhig dich. Was? Bache! Hilfe! Hilfe! Ich will nicht sterben! Ach, er hat den Tresor schon... ...genutzen? Für was? Verdammt! Ja, also, wird doch was! So. Lassen Sie mich! Ich will auch gar nichts von dir. Aber du hast anscheinend mir geholfen. Wobei... Tor-Kombination lautet 883. Tor, komm mir zu. Tür-Code des Schwarzmarkts. Achso. Wohnung des Ladenbesitzers. Vielleicht wird die Wohnung des Ladenbesitzers einen sicheren Weg an der Lichtwand vorbei. Wo ist die? Auf jeden Fall nicht hier oben. Ich habe echt Hummel in dem Hintern. Bin ziemlich schreckhaft heute. Dann habe ich noch eins. Aber will ich mal ins Reise enthalten? Der ist eins. Was dann? Hä? Oh oh. Die Wohnung des Ladenbesitzers. Könnte ein Ort für die Lichtwand sein. Nein. Dieser maskierte Mörder. Manche Opfer sollen halb vertraut gewesen sein. Überall Blut. Was haben wir denn hier? Das kann auf jeden Fall nicht sicher sein, da so durch. Was? So, wo könnte ich denn hin? Da durch? Höfstens. Aber wie sollte der Ort sicher sein? Definitiv nicht. Hm. Irgendwas ist los. Kann aber alles sein. Vielleicht auch was Gutes. Fleisch ein Topf zum Abendessen oder so. Aber wahrscheinlich gibt es Ärger. Okay, das ist schon mal sehr gut. Wie kann ich denn dieses Ding da sehen? Das Teil da vorne sieht mich. Was? Was? Habe ich gerade das Fenster zerstört? Hilfe! Ich will nicht sterben. Ist da jemand? Ich glaube, das war was Verdächtiges. Wir müssen den Sestern. Jetzt ist nur die Frage, ist das diese Wohnung? Ich könnte da hinten durch, dann da vorbei, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht bietet die Wohnung bislang bis jetzt einen sicheren Weg an der Lichtwand vorbei. Och was soll ich Lesbeโ Gut. 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 So. Was haben wir da für ein Ort? Was haben wir denn hier? Ich könnte jetzt mal... Na, das war nichts. Boah. So, das ist diese Wand. Ich muss irgendwie da drauf. Die Frage ist nur wie. Da falle ich auf jeden Fall durch. Ich hab's versucht. So, ich bin drauf. So, der erschießt jetzt erstmal alle. Boah, das ist perfekt. Hm. Ah, da oben ist die Windmühle, die mir da unten... Ich müsste da unten irgendwie... Oder da oben irgendwie hin. Die Heuler? Helfen die mir? Ja, Fakt ist nämlich, ich muss irgendwie zu dieser scheiß... Windmühle. Das ist jetzt schon wieder. Hat's gedonnert oder was? Echtmann. Machen sich ständig in die Hose. Ausgerechnet auf einem Haus halb voller Blut fliegen. So, schnell mal gucken. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nein. Nein Da sind noch welche Oder? Na komm, ich krieg dich Der Schuss muss von da drüben gekommen sein Ich weiß, wo du Haben jemanden verloren? Nein, ist er Der Täter muss noch in der Nähe sein So Ach, da habe ich vorher gewonnen Und schnell durch Ja Jetzt habe ich zwar den Schwarzmarkthändler ausgelassen Aber egal Man findet ja sowieso das meiste Im Prinzip lohnt sich eigentlich gar nicht Dafür Geld auszugeben Wo man es halt findet So Ich weiß nicht, ob ich Ich gehe lieber hier durch Keiner, der uns mit Formalien und Prozeduren nervt Wir sammeln Geld ein, wie wir wollen Und verteilen, falls nötig, Schläge Ich will nicht, dass meine Kinder hier aufwachsen Es ist Zu gefährlich Dann probier es in einem Monat nochmal Die Kommandanten wechseln doch Neue Offiziere, neue Richter Ich könnte den Doppelgänger ausfindig machen Er könnte mir helfen Und wenn ich den Und der Doppelgänger mir hilft Dann könnte ich den an die Macht setzen Jo Jetzt werden sie zahlen, Herzog Abele Wie soll ich denn da durchkommen? Ja, das sieht nicht viel aus Oh, das sind so viele, ey Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll Ich kann da oben rum Du hast ein Gespräch aufgeschnappt Laut dem Herzog Luca Der ein Tresorschlüssel immer bei sich trägt Bevor er am nächsten Tag einen Kater hat Mhm No Das ist ein guter Plan, so wie das hier läuft Und du bist sie Tja, er hat den Schlüssel immer dabei Ganz sicher Wir machen es morgen Oh, nein, der ist böse Das hier ist dein Ende Schitter Komm zurück Kann ich sein Jetzt sind wir die Quartiere des Herzogs heute Hallo Gefällt mir nicht Du gehst hier nicht mal hin Unmöglich Der Mechanische soll sie erledigen Was ist für uns? Fingel Zeig was du da hast Nein Sie kommt nicht weit Du bist tot Der Herzog hat wohl einige von Jindors mechanischen Soldaten Jep Hat er Scheiße Ich weiß gar nicht, wo ich langlaufe So, ich darf anfangen Ich wisch mir nachher dein Blut Das wird eine Lade Weg da, die Maschine braucht Platz Ich kenne sie nicht Ich bin tot Okay, ich hab Ein bisschen was gesehen Oh Scheiße Jetzt bin ich schon hier Komm raus aus deinem Loch Los, ich hab keine Zeit für Es muss schön sein, vom Herzog bezahlt zu werden Mhm So Leute Ich sag aber erstmal tschüss Bis zum nächsten Mal